RUNNING! RUNNING! Yo Leute, was geht? DELZER 5 VORS hier und so und wir sind erstmal mit dem Controller in die Hand weil dann ist alles in Ordnung ich komm mir grad ein bisschen blöd vor aber egal ähm heute spielen wir DELZER 5 VORS ich bin grad so am Arsch ohne Spaß einen ganzen Tag lang nicht schlafen ist nicht gut wie ihr schon im Titel gesehen habt ist heute eine Real-Life-Story mal wieder dran wir waren letzte Woche im McDonalds und da gibt's ja solche Nerf-Spielzeuge ähm solche komischen das sind so eine Wasserspielzeuge oder sowas was auch keine Ahnung was noch alter was ist jetzt los gewesen man was ist das für ein Scheiß wieso läg die Scheiße ach egal ich reg mich nicht auf ich mach einfach weiter ähm ähm und unser Vater der sagt einfach so ähm wir wollen so bestellen zum Abendbrot essen dann sagt unser Papa ja verschieben 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 Kontrolle was ist das denn aha okay und jetzt ach egal ach egal ähm unser Papa hat dann gesagt so er möchte so ein Spielzeug haben ich möchte also dieser eigene Ball heißt Passball ich möchte diesen Passball haben sagt Papa so Mama lacht sich nur so kaputt und wir sind so am bestellen wir bekommen unser Essen Papa guckt so Papa guckt so in die Tüte rein ach du Wurensohn Mann und auf einmal ist da einfach kein Passball drin er sagt so wieso ist da kein Passball drin danach diese Frau die gibt uns noch so ein Passball äh und dann haben wir den jetzt so äh dann haben wir den so bekommen nur weil Papa nach Spielzeug gegammelt hat weil Papa äh eigentlich so wollte dass der auf der Ball so leuchtet äh dieses Spiel hat noch nie so gelegt alter ich könnte so ausrasten man ich fick dich einmal nachkommen äh eigentlich schaut gar nicht aus ey so langsam leckt es nicht mehr ja dann sind wir nach Hause gefahren hatten da den Passball und ja ich wollte hier noch ein bisschen weitermachen weil das fängt ganz lecker das fährt gar nicht mehr so rum kann man ruhig kann man das richtig gut spielen noch und jetzt fängt es wieder an zu lägen alter also theoretisch ist mit dem Video war es das schon denn ging ja eigentlich nur um die real life story alter wie der sich bewegt man als ob seine Mutter gelähmt ist seine Mutter ist auch gelähmt oh ich hab so geschwitzt alter ich hab so geschwitzt was er schaust er schaust er schaust äh leon leid ihr doch auch mal Siliterio runter gibt's auch für Android was was Yassi Belavia und äh Danny ist ähm zocken schaust es agariert 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 scheiße aber das mit der Schlange macht richtig Bock ja das ist er mit einer Schlange ja das hatte ich schon das bock nicht doch doch das macht bock nein schaust bild ich hier ne schleife mit der Schlange ich nehm ja immer noch auf schaust